Chaco, du bist der Beste. Hoch! Ein Pferd muss man für sich gewinnen. Wir baden in der Energie der Bäume. Einatmen, ausatmen. Wir gehen jetzt ganz langsam rückwärts. Nicht umdrehen, nicht schreien, nicht laufen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in unserer Gemarkung ist ein Wolf gesichtet worden. Wir werden wirklich alles tun, was in unserer... Wollen Sie was sagen? Ich bin Wissenschaftler und in der Wolfsforschung tätig. Sie haben einen der Wölfe nicht unter Kontrolle. Der hat meine Schafe gerissen. Es ist noch nicht mal sicher, dass es überhaupt ein Wolf gewesen ist. Weil Sie Wolfsfanatiker sind. Nein, weil ich Wolfsfreund bin. Sind Sie hier der Einzige? Scheiße. Er tut dir nichts, geh einfach in die Hocke. Und jetzt streck deine Hand aus. Jetzt seid ihr Freunde. Läuft da eigentlich was zwischen euch? Eifersüchtig? Neugierig. Der Wolf schüttet die Ponys. Du musst es melden, Inke. Ein neuer Wolfsriss und ein Pony tot, das ist scheiße, Rik. Tierriss, mehr wissen wir nicht. Warum nimmst du immer diesen Wolf in Schutz? Oder geht es gar nicht um diesen Wolf, eher um den Wolfsmann? Wir haben hier und der Bürgermeister und ich haben im Ministerium Freigabe für den Abschuss erhalten. Kommt. Ich sag dir mal eins. Lass mich hier nicht für alles die Schuld in die Schuhe schieben. Schuld hat dieser Wolfshansen. Ohne seine Wölfe gäbe es die ganze Scheiße hier nicht. Wir haben die Schule nicht für alle Spächer treffen.